Wenn ein Transportunternehmen schon 105 Jahre am Markt ist, hat es wohl einiges richtig gemacht. Zum Beispiel, indem es Verladern und Empfängern von Fracht viel Arbeit abnimmt. So wie Van der Mark Transport. Van der Mark ist ein Familienunternehmen. Ich bin die vierte Generation. Mein Urgroßvater hat 1910 als Spediteur begonnen und wir haben uns inzwischen zum Logistikdienstleister entwickelt. Wir führen viele internationale Transporte durch und haben ein eigenes Distributionsnetzwerk in den Niederlanden. Wir sind im Luft- und Seetransport aktiv, aber auch im Warehousing, inklusive dem Löschen und Laden von Containern, Aussortieren, Verpacken, Einfachen, Allein. Ich kenne Van der Mark Transport mehr als 25 Jahre. Ich war früher Direktor beim Großhandelsunternehmen Medeco und wir haben schon damals alle Transporte von Van der Mark zur uneingeschränkten Zufriedenheit ausführen lassen. Ich bin froh, dass wir die Handelsbeziehungen mit Deutschland aufgreifen und auch dabei Van der Mark Transport nutzen. Van der Mark kommt gerne mit deutschen Partnern wie Herstellern und Großhändlern in Kontakt, gerne mit nachhaltigen Produkten, denen wir einen Mehrwert bieten können. Dürzame, gute Ritt, weil wir viel zugeführte Waren können.